Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren neuen Folge von Anime Erklärt. Ich bin Cher Gorgirnicht und heute soll es einmal darum gehen, was westlich von Overlords Weltkarte so stattfindet. Doch bevor wir mit dem Thema anfangen, sage ich noch einmal schnell Dank an alle meine Kanalmitglieder für den tollen Support, sowie Dank an alle Nutzer der YouTube-Fanks-Funktion. Und damit kommen wir auch schon zum eigentlichen Thema. Die Weltkarte von Overlord endet an der Küstenlinie des ehemaligen Königreiches von Reastis, vom Arklan Council State, Platinumskleim Staatsprojekt und dem Heiligen Königreich. Aber was liegt westlich davon? Haben wir eine Ahnung, was sich jenseits des westlichen Rannes der Karte abspielt? So wie bei ihrem östlichen Gegenstück? Oder gibt es darüber nichts Handfestes? Schauen wir nach. Und gleich zu Beginn steht in den Büchern über das, was westlich der Weltkarte liegt, leider weniger geschrieben, als über das, was östlich davon liegt. Während wir wissen, dass das Karnasus-Stadtstaatenbündnis östlich des Kaiserreiches liegt, dass weiter östlich die Nation der Bestienmenschen, das Minutauern-Königreich, weitere Nationen voller Trolle und ein Goblin-Königreich existiert, ganz zu schweigen von Platinums anderen Staaten und Projekten, wurde der westliche Rand nicht so gut beleuchtet. Aber es gibt ein paar Dinge, die wir über ihn sagen können. Erst einmal ist das Meerwasser tatsächlich Süßwasser. Wir wissen nicht, warum das der Fall ist. Oder ob vielleicht das Meer in Wirklichkeit ein einziger riesiger See ist. Oder ob die Welt von Overlord nun einfach einmal so funktioniert. Aber wir wissen, dass es scheinbar eine sehr gute Sache für intelligentes Leben unter Wasser gewesen ist. Denn das Meer ist genauso wie das Land mit intelligentem, wenn auch nicht menschlichem Leben gefüllt. An der Küstenregion von Arklent gibt es beispielsweise viele Meeresechsenmenschen, die genau wie ihre Artgenossen in den Seen von Azalesia, wahrscheinlich vom Fisch und anderen Meeresfrüchten leben. Da das Meer jedoch so weitläufig ist, ist es kein Problem, wenn die Meeresechsenmenschenbevölkerung wächst. Denn der Fischbestand würde dann nicht sofort erschöpft werden, wie es bei dem geschlossenen See von Azalesia der Fall gewesen ist, den die normalen Echsenmenschen bewohnt haben. Daher ist die Bevölkerung wahrscheinlich stabiler. Und auch garantiert wohlhabender, da sie jeden Überschuss oder alles andere, was sie an den Küstenregionen noch so finden, auf den Märkten von Arklent verkaufen können. Und tiefer im Wasser finden wir auch noch eine andere faszinierende Spezies, Mermans, oder auf Deutsch, Meeresmänner. Diese nach Deep One aussehenden Wesen bewohnen überwiegend das Wasser, können aber auch das Land betreten. Sie sind also eine Zivilisation, die nahezu permanent unter Wasser lebt. Und nicht einfach nur nah an der Küste, wie etwa die Echsenmenschen. Und tatsächlich existieren nicht nur gute Beziehungen der Mermans, sondern auch eine Allianz mit dem Heiligen Königreich, obwohl in jüngster Zeit die Angriffe der Halbmenschen und der Krieg zu bestimmten Vorurteilen gegen diese Wesen geführt haben. Aber sie haben dennoch eine positive Beziehung zum Heiligen Königreich erhalten und leben in dessen Nähe an der Küste, beziehungsweise unter Wasser unter ihr. Es gibt auch noch mehr von dieser Spezies in Arklent, oder besser gesagt im Wasser um seine Küsten herum, so dass diese Nation vermutlich tatsächlich bis unter Wasser reicht. Und wir wissen auch nicht, wie weit sich die Reiche der Mermen unter Wasser ausdehnen, aber sie befinden sich definitiv westlich der Weltkarte, nur halt unter Wasser. Und wenn Meeresechsenmenschen an der Küste leben und ins Wasser gehen, um zu fischen, und Mermen in den Küstengewässern unter Wasser leben und gelegentlich an Land gehen können, so können wir auch annehmen, dass es andere aquatische oder sogar vollständig aquatische Arten gibt, die auf dem Meeresboden in eigenen Nationen oder Stammesgemeinschaften leben und überhaupt nicht an Land gehen können, einfach weil sie die offene See bevorzugen. Es gibt also wahrscheinlich eine vollständige andere Welt unter Wasser, die nur darauf wartet, erforscht zu werden. Und die Tatsache, dass die Mermen, wie schon gesagt, verdächtig nach den Deep Wands aus dem Cthulhu-Mythos aussehen, könnte auch bedeuten, dass es eine versuchene Stadt mit einem Schläfer irgendwo westlich der Weltkarte gibt. Dieselbe Person mit der Platinum-Potenzial ein Bündnis eingehen möchte, um 1-Ulgun zu bekämpfen. Das führt uns dann zu einer weiteren Frage. Was liegt weiter westlich von alledem? Gibt es dort Land? Oder nur noch Meer? Meer? Und wir haben leider keine Hinweise auf andere Kontinente. Es ist natürlich möglich, dass weitere Landmassen existieren. Oder dass der Ozean alles ist, was westlich liegt. Und wenn man dann nach Westen segeln würde, würde man schließlich irgendwann den östlichen Teil dieses Kontinents entdecken. Aber in diesem Falle könnte der Kontinent dann quasi eine Art Pangea sein. Ein Superkontinent, der alle anderen Kontinente auf dieser Erde vereint. Aber angesichts der Tatsache, dass die Weltkarte Teilen des Nahen Ostens ähnelt, können wir auch annehmen, dass die Weltkarte wie unsere eigene Welt ist. Nur halt hier und da ein wenig verschieden. Sie wäre dann eine Reflexion, ein Spiegelbild. Nur halt ohne Ägypten oder beispielsweise Griechenland. Und das würde dann auch implizieren, dass westlich der Weltkarte, das Äquivalent von Spanien, Italien und schließlich irgendwann Nord- oder Südamerika liegen. In diesem Falle könnte der Ozean, den wir hier sehen, auch tatsächlich nur ein riesiger Süßwassersee sein. Quasi das Mittelmeer in größer und in süß. Das klingt irgendwie falsch. Und die Tatsache, dass es eine extreme Ähnlichkeit zwischen der Welt von Overlord und unserer eigenen Welt gibt, könnte auch bedeuten, dass wir tatsächlich eine allgemeine Vorstellung davon haben, wie die gesamte Welt von Overlord aussieht. Während sie auch keine 1 zu 1 Kopie ist. In diesem Falle wäre auch die Welt viel, viel größer, als wir ursprünglich dachten. Doch da ja wiederholt gesagt worden ist, dass dies das westliche Ende des Kontinentes ist, würde ich auch vermuten, dass links von der Weltkarte nicht mehr viel Land, das noch zum Kontinent gehört, übrig ist. Höchstens ein paar kleine Inseln. Wie beispielsweise Zypern. Einfach, weil wir diesen Teil des Kontinentes dann ansonsten nicht als westlichen Teil bezeichnen würden. Und es wurde auch gesagt, dass der westliche Teil des Kontinents im Vergleich zur Mitte, wo mächtige Reiche wie die Trolle oder das Minutauren Königreich um die Vorherrschaft kämpfen, ziemlich schwach ist. Und daher würde ich wie gesagt sagen, dass der Kontinent wahrscheinlich im Westen endet und das Reich der Meereskreaturen dort beginnt. Doch wenn es andere Kontinente, westlich des westlichen Teiles der Overlord-Weltkarte gibt, wäre es wirklich interessant zu wissen, ob es dort noch Drachenlords gibt und wie zahlreich sie potenziell sein können. Denn es wurde auch gesagt, dass die acht Könige der Gier den Kontinent, auf dem sie sich befunden haben und auf dem sich eins heute befindet, im Handstreich erobert haben und die Drachenlords an den Rande der Vernichtung gebracht haben. Und auch hier muss man sagen, weder wissen wir es nicht und wir können es auch leider nicht schlussfolgern. Denn wir wissen, dass die Drachenlords zwar dezimiert worden sind, aber dass nicht alle Drachen gegen die Spieler gekämpft haben. Und daher können wir leider nicht wirklich wissen, wie die Drachenlords auf den anderen Kontinenten, sofern sie überhaupt existieren, sich zu diesem Krieg verhalten hätten. Denn es könnte auch sein, dass sie beispielsweise den Drachenkaiser und seine Anhänger verachten und den Krieg mit den acht Königen als gerechte Strafe sehen. Einfach dafür, weil sie die ganzen Könige, die ganzen Weltitems und das fremde Magiesystem in einem Akt der Gier beschworen haben. Doch wenn es andere Kontinente gibt, könnte es auch wahrscheinlich sein, dass andere Spieler auf ihnen transportiert worden sind. Während ein Zulgon also den Kontinent erobert, auf dem er gelandet ist, könnte eine andere Gilde in die neue Welt gekommen sein und begonnen haben, ihren eigenen Kontinent zu erobern. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, könnten viele aquatische Spieler nicht auf dem Festland, sondern tatsächlich auf beziehungsweise in die Ozeane in ihrer Welt transportiert worden sein und vielleicht nicht einmal mehr an Land gehen können. Und wieder gibt es hier sehr viel Potenzial, das ich zu gerne beleuchtet sehen würde. Und deswegen macht es mich auch ein wenig traurig, dass die Serie bald nach wenigen weiteren Bänden enden wird und nicht noch 50 Teile oder so hat. Aber okay, soweit zum Thema und über dem, was wir über den Westen wissen. Und nun seid ihr an der Reihe. Schreibt ganz gerne eure Meinung und Feedback zum Video ab in die Kommentare. Und während ihr das macht, sage ich danke fürs Zuschauen und besonderen Dank an Animangatv.de Blue Planet 6 White Bird Best Philipp Mr. TNT Fabian Karibasas Maske David André Hope Hauer Nix mag dir Sebastian Dark Phoenix One Despotanis Nemasa1106 Peng der Pirat Florian Peter Lordikon3D Kitsune Mr. Funnyguy Tiver Tiver Tobi CTC Kroll Tappes Hendrik Stresso Juhari Chan und Al Bosna Danke Leute. Und damit wünsche ich euch wie immer an dieser Stelle habt einen wunderschönen Tag. Und damit wünsche ich euch 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 und damit wünsche ich euch